Dankeschön. Hier, warte, warte, schaut sich den Brummer an. Schaut sich den Brummer an hier. Jawoll. Aufschild, aufschild! Das ist ein Brummer, ha? Ja, das ist ein Widerstand. Schaut, ich komme nicht so schnell. Aber sie sterben auch so schnell. Aber hier ist echt gut, hier kann man Fleisch sammeln. Ja, hier kann man gut Fleisch sammeln und Erfahrung, würde ich sagen. Aber zum Nashorn würde ich nicht gehen. Warum, du hast eine Steinkeule? Ja und, aber die ist ziemlich langsam. Boah, wie der Baum direkt. Direkt den Baum, oh ja. Eine schwarze! Jawoll, aufgestiegen. So schaut's aus. Hauptsache ich krieg von ihr T-Hart. Ich wollte sie gerade looten, du Sack. Sie hat ja 20 Stein. Ja, weg für dich. Jawoll, wir sind wieder auf der Reisungstour, glaube ich. Ich glaube auch einer. Eine gute Abwechslung. Oh, der stirbt gleich wieder. Der ist mit ihm. Kopf ab, Alter. Der Kopf ist ab. Der Kopf ist ab. Der Kopf ist ab. Wisch und weg. Wisch und weg. Achso, ja. Ah ja, stimmt, 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 stimmt. Das war, das meinst du. Und ein bisschen rushen, Alter. Ja, ja und dann rushen. Leber. Geht schon ein bisschen Lehm. Nur wenn alle geil sind. Lehm warten, ja. Wisch und weg. Bestimmt, das ist schon ein bisschen. Wisch und weg. Warte, 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 meine Hose. Oh, meine Klamotten sind komplett demolition. Er steht in Unterhosen da. Er geht in den Krieg mit in Unterhosen. Oh, noch ein bisschen Faserhaken. Die Scherpe kann ich uns da nicht herstellen. Die habe ich gerade gelernt. Ah, nice. Tommy, schau. So machen wir uns nicht ready, so. Komm her. Ich bin ready. Ich bin auch ready. Scheiße, scheiße, warte. Okay, geht schon. los. Warte, irgendeiner mitschild muss vorher. Tschüss. Gidu. Nu, 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 nu! Oh! Ich stirbe! Oh mein Gott! Oh, ha, 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 ha! Er macht das Zelt kaputt, da einer. Was schön gemäzen. Die Köpfe fliegen, die Torse fliegen, alles. Er ist Gott, da, der fliegt. Alles looten. Genau. Alles looten. Da geht mir Menschenfleisch. Alles. Oh, da ist einer! Wo? Oh, da! Nieder! Nieder bitte! Hier ist ein. Na komm, du verpackte Hähne. Komm her. Komm zu Papa, komm! Komm zu Papa! Komm! Da komme ich eben zu dir! Ah! Oh, da ist auch eine Hähne. Und zock! Zock! Pom! Ey, ich komme zurück. Genau, sauer mehr. Ey, bei mir ist das Leben. Der Knorrt schon! Schau, weißt du, hier oben wäre zum Beispiel ein saugeiles, saugeiler Platz für ein Haus. Nein, da muss so ein scheiß Dorf sein. Ja. Ja, ja. Das ist so... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich nicht alles gelootet. Kannst du das sehen? Zu meiner Leiche zurück. Da. Da steht zumindest der andere von euch. Hallo. 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 Ist da meine Leiche noch? Ja. Ne. Nein. Das Fundament ist weg. Ich kann potzen. Oh, da ist direkt ein neuer Dorf. Ah! Boah! Hm? Pfeilen. Scheiße. Oh. Viele Hyänen sind da noch. Wo seid ihr, Leute? Ich weiß nicht, wo du hingegangen bist jetzt. Ja, wieder zurück. Hinunter. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Ich habe aber nichts mit. Ich habe auch nichts mehr. Ich glaube, ich habe nichts mehr. Hinter dir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Ich muss runter. Geh schnell. Aber wo? Ich habe nichts zum Trinken. Dann schnell. Oh mein Gott, da ist Shit schon gegangen. Das sind welche mit kleinen Bogen. Was hat der? Oh, Pfeile. Wo bist du? Wohin rennst du? Wohin ist er gegangen? Ich weiß es nicht. Ich bin tot. Ja, dann müssen wir diesmal eine Retransaktion für dich machen. Aber wo? Wo bist du? Ja, den Weg runter gerannt. Nach links auch wieder? Ja. Aber da ist doch kein Dor. Also, ich glaube. Ich weiß nichts. Warte, ich schau gerade bei dir. Da ist doch kein Dor. Warum bin ich nicht beim Mann? What the fuck? GG, ich bin nicht beim Bett. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe auch noch kein Bett gestellt. Dann lass mal lieber zurück. Sammel hier Fasern unter, damit du Bett bauen kannst. Aber ich brauche nicht lang zu euch. Wobei. Doch. Geht. Oh mein Gott. Das Spiel ist übel. Domi, mach mal die Map auf, bitte. Wir rennen dann einfach wieder hoch. Aber es ist gut zu wissen, bei den Hyänen kann man echt gut Fleisch holen. Ja. Ja. Aber meine komplette Ausrüstung ist halt jetzt... Domi, da wo du jetzt stehst, wenn du dich so drehst, dass der Pfeil nach unten schaut. Dort war ich. Aber dort sind wir doch hin? Ja, eben. Da bin ich auch hin. Aber da ist ja kein Pfeil... Da ist niemand mit Pfeil und Bogen. Da war ein komplettes Dorf plötzlich. Ich schwöre, ich habe es nicht derzeit. Ich renne runter, auf einmal ist das komplette Dorf da. Okay. Ja, dann schon. Was ist jetzt? Oh mein Gott, ich bin durstig. Ich sterbe. Nein, nein, nein. Oh. Gut, dass wir runtergegangen sind. Oh, Aqua... Aquaminerale. Deswegen habe ich auch immer zwei Wasserflaschen dabei. Aquaminerale, Crappa Speziale, Kotze Bongole. Ich hätte halt nicht gedacht, dass das so ein Trip wird, oder? Naja. Ja. Deswegen habe ich auf mein Wasser nicht geachtet. Wir hatten ja schon längst meine Leiche wieder. Ich weiß eh. Das war der Blutrausch. Ja. Ich hoffe, meine Leiche ist dann noch da, Alter. Oh ja, wird schon noch da sein. Und dunkel wird es jetzt auch. Nicht schlecht. Jetzt kommt alles zusammen. Jetzt geht es mal moisch. Ja, da musste ich auch vorhin durch. Das ist echt kack. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin jetzt da, wo deine alte Sachen waren. Ah, okay, lol. Ah, gut. Ist ja nicht so weit weg. Es hätte schlimmer werden. Ja, aber... Ja, eh. War es ja schon. Ich bin ja... Ich laufe ja die ganze Zeit schon. Oh Mann. Ich habe ja schon keine Ausdauer mehr. Ah ja, und jetzt sehe ich nichts. Ich komme dir entgegen. Bist du, wenn du zu uns läufst, links oder rechts? Auf der unteren Seite. Also links. Ja. Ich komme dir mal entgegen. Oh shit, ich brauche aber Essen. Nee, noch nicht, noch nicht. Ich brauche noch was zum Essen sonst. Was ist das mit mir? Ich verstehe aber nicht, warum mein Bett nicht funktioniert hat. Du musst... Wenn du es hinstellst, musst du einmal E drücken. Das weiß ich. Und ich habe aus Sicherheitsgründen sogar vier oder fünf Mal es benutzt. Hast du dein Bett eben in der Wohnung? Ja. Direkt beim Eingang. Du gehst auch noch mal einen Spawnpunkt aktualisieren. Eher interagieren. Bin eh schon bei meinem Haus wieder. So. Ich weiß nicht, ob ich mit, mit, ähm... Einhandwaffe oder Zweihandwaffe kämpfen soll. Schwierig. Schwierig, das Ganze. Oh, ich habe hier eh noch Essen. Stimmt. Warum geht nix? Hä? Warum geht nix? Hä? Hä? Warum geht das nicht? Was? Es geht nix hoch? Bei meinem Essen? Was soll der Käse? Ah, das hatte ich vorhin auch. Du nimmst, aber es steigt nicht hoch. Ja? Es passiert nichts? Das ging erst weg, wo ich dann gestorben bin. Oh mein Gott. Ich will aber nicht sterben. Lock dich eben draußen wieder ein. Dann geht's, oder was? Jo. Jo? 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 Sicher? Nein, sicher nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß halt nur, wenn du gestorben bist, dann funktioniert auf einmal mit dem Futter alles nochmal. Aber es geht jetzt nichts. Aber es geht jetzt nichts. Was, 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 was soll ich jetzt machen? Steht zwei? Wie zwei. Wie zwei. Wie zwei essen? Aber ich esse Fleisch, das passiert nichts. Da steht, what the fuck, was passiert hier drin? Hm. Warte mal, ich tue mal das. Und starte es einfach neu. Ich pack's nichts. Was ist los? M-M-M-M-M-Server, Server, Server. Hier. Server verbinden. Hä? Ich komm mich grad ohne Maus. Was denn los? Weil ich weder in Cheese Sand Dings finde noch meins. Wieder in Cheese Sand Haus noch mein Haus finde ich. Hä? Wie das? Ja. Genau das frage ich mich auch gerade. Aha. Ich hab auch grad einen lustigen Bug. Ich kann mich nicht drehen. Was ist denn jetzt los? Hä? Ah, jetzt geht's. Gut. Cheese, wo bist denn du grad? Äh, bei mir am Haus. Wo ist das genau? Ähm, bei diesem See, was wir ja gesagt haben, war schwarz ist genau am Ende links. Genau. Okay. Okay. Die Insel kommt mir noch bekannt vor. Lul. Irgendwie zahlt sich das nicht aus. Was? Dieser Steinhammer. Ich brauch's nochmal nach meiner Nachher zu suchen. Das kann ich dir nicht sagen. Aber wir sorgen sie einfach. Scheiß drauf. Vielleicht ist sie noch da. Hier läuft einer gerade bei mir. Ah, lol. Deswegen seh ich's nicht. Was ist jetzt los? Weil Spargy ist. Ich seh in Cheese nur seine Truhe. Was ist los? Ne, ich hab... Ich log mich grad aus. Ups. Ne, das log ich nicht. Von Cheese hab ich jetzt nur die Truhe gesehen, mehr nicht. Krass. Ein paar... Ein paar Krankheiten hat das Spiel noch. Ja, aber das... Dann wundert's mich nicht, dass ich mein Haus nicht finde. Ich bin halt jetzt drei-, viermal alles abgelaufen und dachte mir so... Das Haus ist weg. Das ist mein Haus. Ja, ist halt so. Wir seh ich dachte mir nur so die ganze Zeit so... Hast du... Es ist wirklich einbrochen. Ich denk mir schon, du bist... Mein Haus. Ja, ja. Dich hab ich eh gesehen. Dich hab ich gesehen. Dann hab ich mich umgedreht. Dachte mir so... Hä? Dein Haus ist doch da irgendwo. Dann hab ich mich umgedreht. Seh nur Stufen. Und... Und die offene Kiste. Und ich denk mir so... Hä? Die... Die Kiste fliegt in der Luft. Hä? Habe ich doch nichts gebaut? Oh... Ja, ich hab das Unsichtbarkeitsholz genommen. Oh yeah. Sooo... Mal durch ein bisschen ordnen. Domi und sein Holz. Jaaa. Jaaa. Ich hab ein Review noch geflamed. Warum tust du das? Nur Flamer. Weil er Early Access nicht versteht. Das tun viele nicht. Du 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 du. Ich hab geschrieben Facepalm. Typischer Nerd Kommentar von jemandem, der sonst nichts zu tun hat im Leben. Da hast du es ihm aber gegeben. Nein, das hat er... Hat er zu mir gesagt. Da hat er es dir aber gegeben. Jaaa. Ich weiß nicht ob das schön ist, was ich hier mach, aber... Ich glaube jetzt höchstens jetzt ist meine Leiche auf jeden Fall weg. Weil ich ausgelockt habe. Das kann sein, ja. Ja, aber ich glaube eh nicht, dass ich meine Leiche gesehen hätte. Also von daher. Oh ja, die ist eigentlich schon relativ lange da. Ja, das schon, aber ich meine, wenn ich nicht mal mein Haus sehe. Achso, ja gut, das... Jaaa. Jaaa. Ja, es ist halt scheiße, weil ich jetzt nichts mehr habe. Oh ja, da ist dein Haus. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das sehe. Da ist dein Haus. Da steht auf jeden Fall noch. Ich bin da gerade. Okay. Was machst du bei meinem Haus? Ah, du stehst gerade vor mir. Das ist der Inspektor. Du bist da, äh... Da wo du gerade eben dich raus... rausgelockt hast. Da stehst du bei mir. Ja. Okay. Ja, ich bin noch nicht gegeben. Lebt noch. Also müsstest du jetzt gleich dann nur ein bisschen nach rechts. Hm. Ich könnte eigentlich noch eine zweite Truhe bauen. Mein Haus ist wieder da. Jaaa. Yeah. Hallo Haus. Ich bin durstig. Das kommt mir bekannt vor. Weißt du, es wäre eventuell nicht schlecht, wenn man... sich so eine... Notversorgung im... in der Truhe irgendwie... Ja, ich finde es geil, dass mein Dings einfach weg ist. Dein Dings? Mein Bett. Das ist mies, ja? Alter. Das heißt, ich habe kein Bett, ich habe kein Essen, ich habe nichts mehr. Hast du nichts in deiner Truhe? Ja, bisschen über Blüten und so weiter, aber... Bring mal nichts. Bring mal hin? Gott sei. Ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwann bei mir wieder passiert. Ja, das ist relativ... schnell. Das geht relativ schnell. Ja, wenn ich nächstes Mal wieder diesen Bug habe, dann logge ich einfach aus und ein. Wirklich. Das ist so... Es ist so... viel besser, wenn ich das normal sehe, das mit dem Fleisch und so. Jo. Bei mir steht da immer... Ich habe zwei Rohres Fleisch, brate es, auf einmal kriege ich 23. 20. Ja, er hat sich auch vorhin gearbeitet. Aber man kann... Aber man kann es nicht... Man kann es nicht usen. Das verschwendet einen Platz. Ah, okay. Ja, ja. Es verschwendet einen Platz, aber du kannst es nicht usen. Das ist schon malend. Auf Wiedersehen.